1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 . 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 3, 4 Untertitelung. BR 2018 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 Ja, was zum Runterkühlen. Ja, was zum Runterkühlen. Carla Bley hat eine wunderschöne Ballade geschrieben. Wir lieben sie sehr, haben wir lieben sie sehr, haben wir gemerkt. Lance. Amen. 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 Untertitelung. BR 2018 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 So, jetzt kommt das Titelstück der kommenden CD des Programms. Le Petit Voiseau, der kleine Vogel, mit Peter Baumgärtner, der Magier am Schlagzeug. Musik 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 Ja, vielleicht ist das ein kleiner Gute-Laune-Bote. Das nächste, das vorletzte Stück ist von Peter, vor langer Zeit geschrieben, ein wunderbares Werk mit dem kürzesten Titel Ever. Wie das geschriebene C. Musik 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 Ja, wir hoffen, wir sehen euch alle bald wieder in live. So, Auge in Auge und grüßen nochmal. Bleibt oder werdet gesund und auf ein baldiges Neues. Die Akkordeon Affaires und Gruß von der Schmiede. Leo Instante, nun Instante, portugiesisches Stück. Damit sagen wir Tschüss. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung 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 des ZDF, 2020